Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Kaderplanung für Eintracht Braunschweig. Braunschweig ist ja aktuell Tabellen 16. der 2. Liga. 25 Punkte nach 25 Spieltagen wurden geholt und letzte Woche gab es den wichtigen Derbysieg gegen Hannover 96 mit dem 1 zu 0 Erfolg. Damit hat man sich auch im Abstiegskampf zurückgemeldet, nachdem man ja zuvor Anfang Februar gegen Heidenheim ein Spiel gewinnen konnte und es danach 4 Pleiten plus ein Unentschieden gab. Damit hat man natürlich auch weiterhin die vollkommen realistische Chance in der 2. Liga zu bleiben, auch wenn es meiner Meinung nach sehr sehr eng wird bis zum Schluss. Hier und heute planen wir mal für Braunschweig den Kader beim Verbleib in der 2. Liga. Michael Schiele wird ja dann auch höchstwahrscheinlich Trainer bleiben, nicht umsonst, läuft ja sein Vertrag noch langfristig bis 2025. Und da lohnt sich wirklich mal der Blick drauf, wie sich denn Braunschweigs Kader in der kommenden Saison dann verändern wird, wenn man eben dann auch in der 2. Bundesliga bleibt. Denn natürlich hätte man auch dann die Möglichkeit, sich nochmal weiterzuentwickeln, sich wieder in der 2. Bundesliga zu etablieren. Und genau dafür planen wir mal den Kader. Starten wir rein mit dem Blick auf die drei Torhüter. Dort haben wir aktuell Jasmin Fesic, Ron Torben-Hoffmann und Lennart Schulze-Kökelsum. Somit auch eine Position, wo man ja auch im vergangenen Sommer mit der Verpflichtung von Ron Torben-Hoffmann für ordentlich Konkurrenzkampf sorgen sollte und auch wollte. Und das hat sicherlich auch ganz gut funktioniert. Denn Jasmin Fesic als erfahrener Kapitän, als 36-Jähriger hat natürlich damit nochmal deutlich mehr Druck bekommen. Aber diesen Druck eben auch standgehalten und sich als Nummer 1 stabilisiert und auch diesen Posten ganz klar behalten. Ex-Bayern-Talent Hoffmann muss sich weiterhin hinten anstellen. Und deswegen ist das auch für mich eine super interessante Konstellation in der Zukunft. Denn der Vertrag von Fesic läuft aus. Hoffmann ist noch ein weiteres Jahr gebunden. Und natürlich gibt es auch sicherlich von beiden Keepern eine klare Erwartungshaltung. Fesic hat auch jetzt in der zweiten Bundesliga gezeigt, was er kann. Ich denke mal, eine Vertragsverlängerung sollte auf jeden Fall umsetzbar sein. Hoffmann ist aber natürlich auch mit der Perspektive zu Braunschweig gewechselt, Stammtorhüter zu werden. Und deswegen habe ich irgendwie ein Gefühl, dass einer von beiden in der kommenden Saison nicht mehr da ist. Und da bin ich dann eben bei Ron Torben Hoffmann. Hier glaube ich an einen Abgang, genauso wie bei der Nummer 3, Lennart Schulze-Kökelsum. Auch dessen Vertrag läuft aus. 21 Jahre jung. Vielleicht wird man sich auf der Position des dritten Keepers nochmal neu aufstellen. Eine Vertragsverlängerung mit ihm wäre aber auch möglich. Interessanter ist da auf jeden Fall die Thematik Fesic und Hoffmann. Denn ich finde, mit Fesic sollte man auf jeden Fall noch Minimum um ein weiteres Jahr verlängern. Und dann muss man halt wirklich abwägen. Kann man, Hoffmann die Perspektive bieten, okay, in einem Jahr wird Fesic dann vielleicht aufhören und du wirst die neue Nummer 1. Oder sagt vielleicht auch ein Fesic, ich möchte noch 2-3 Jahre spielen, wodurch Hoffmann schon wieder weiterziehen wird. Weil der 23-Jährige braucht einfach dringend regelmäßige Spielzeit. Das ist für mich ein super interessantes Thema. Es könnte auch sein, dass alle drei bleiben. Ich sage jetzt erstmal, Fesic bleibt. Es kommt eine neue Nummer 2 und dann möglicherweise auch nochmal eine neue Nummer 3. Interessant wird es auch bei den Außenverteidigern. Dort haben wir ja Jan Hendrik Marx, Anton Donkor und Niko Kijewski. Über große Teile der Saison hat ja Braunschweig mit einer Dreierkette gespielt, wodurch auch auf der rechten Seite Flügelspieler wie Multaub oder Kaufmann zum Einsatz gekommen sind. Wenn man dann aber auch mal mit einer Viererkette spielt, ist vor allen Dingen ein Jan Hendrik Marx meiner Meinung nach eine sehr interessante Lösung. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, er wäre ablösefrei zu haben. Ich persönlich würde mit dem 27-Jährigen allerdings verlängern. Auf der linken Abwehrseite haben die beiden Jungs noch einen Vertrag bis 2024. Sprich hier sind beide auch erstmal bei einem Zweitliga-Verbleib weiterhin mit dabei. Und ich würde auch beide behalten. Anton Donkor hat mich auf jeden Fall überzeugt. Ich finde ihn unglaublich stark auf der linken Abwehrseite mit seinen 25 Jahren. Sicherlich auch interessant für nochmal größere Klubs in der zweiten Liga, kann ich mir schon vorstellen. Trotzdem würde ich viel probieren, um Donkor auf jeden Fall zu halten. Dahinter hat er mit Kijewski einen guten Backup, der auch in Liga 3 schon gezeigt hat, was er kann. Und der zudem auch in der Dreierkette als Innenverteidiger eine gute Lösung ist. Deswegen finde ich, ist man hier auch grundsätzlich gut aufgestellt. Und von den dreien würde ich auf jeden Fall auch dann als Sportdirektor keinen abgeben. Möglicherweise aber wen hinzuholen. Und zwar dann nochmal einen wirklich starken rechten Verteidiger, der sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette funktionieren kann. Auch das wäre eben dann von der Qualität her der nächste Schritt in der Entwicklung, um sich in der zweiten Bundesliga zu etablieren, würde ich auf jeden Fall anstreben. Die größten Veränderungen kann ich mir in der Innenverteidigung vorstellen. Denn dort haben wir zum einen ein paar Youngstars, ein paar Leihspieler und ein paar Erfahrene, wo man eben abwägen muss, wie es weitergeht. Gehen wir mal kurz jeden Einzelnen durch. Wir haben hier Linus Gechter, Philipp Benkovic, Hasan Kurucai, Nathan Demidina, Saulo De Kali, Philipp Strumpf und Brian Behrendt. Es ist eine Position, wo man sicherlich sehr, sehr viel auf dem Transfermarkt gemacht hat. Fünf neue sind ja gekommen. Im Vergleich zur Vorsaison waren ja dann nur noch Behrendt und Strumpf übrig. Und man hat auch relativ viel probiert im Laufe der Saison. Ein Danilo Wiebe ist ja auch jemand, der auch in der letzten Spielzeit dort immer mal wieder gespielt hat. Und ich glaube, hier muss sich auf jeden Fall nochmal was verändern. Ein wenig weniger Kaderbreite und dafür mehr Kaderqualität würde, glaube ich, hier Braunschweig extrem weiterhelfen. Mit Linus Gechter und Philipp Benkovic haben wir erstmal zwei Leihspieler, dessen Verträge am Ende der Saison enden. Gechter von der Hertha ausgeliehen, die werden wohl auf jeden Fall mit ihm erstmal wieder planen. Benkovic aus Italien ausgeliehen von Udinese Calcio hat, finde ich, gute Leistungen gezeigt. Da mal weniger gute, auch bei ihm sehe ich durchaus einen Abgang. Hasan Kurucai hat ja ohnehin einen Vertrag bis 2024. Der Winterneuzugang für mich auf jeden Fall einer, mit dem du auf jeden Fall planen solltest. Nathan Demidina im vergangenen Sommer aus Bielefeld gekommen für circa 300.000 Euro. Also gar nicht mal so günstig für Braunschweiger Verhältnisse. Sein Vertrag endet schon wieder. Da hängt es zumindest ein bisschen davon ab, wie man mit ihm sportlich planen, mit welchem System man plant. Interessanter, flexibler Mann in der Dreierkette. Wenn man mit der Viererkette planen sollte, finde ich ihn jetzt nicht ganz so optimal. Ansonsten noch Saulo Di Cali im letzten Sommer aus Bochum zurückgekehrt. Noch ein Jahr Vertrag. Philipp Strumpf spielt jetzt nicht die allzu größte Rolle. Vertrag endet. Und Brian Behrendt, sehr erfahrener Mann, hat auch noch ein Jahr Vertrag. Und deswegen würde ich hier dann doch schon auch ein bisschen aufräumen. Und zwar mit vier Abgängen. Bei Linus Gechter bin ich mir relativ sicher. Auch bei Philipp Benkowitsch, glaube ich, wird man ihn nicht halten, vielleicht sogar nicht halten wollen. Ansonsten Nathan Demidina. Durchaus sicherlich ein Thema, über das man diskutieren kann. Ich würde auch hier eine Trennung anstreben. Thema Qualität, Quantität. Mich da nochmal weiterentwickeln. Philipp Strumpf als Typ sicherlich nicht verkehrt. Rein leistungstechnisch auch hier Vertrag lieber auslaufen lassen. Denn mit Di Cali und mit Behrendt haben wir schon, wie ich finde, zwei gute Leute für die Kaderbreite, die die zweite Bundesliga auch kennen. Mit Kuru Czaj, ein potenziellen Stammspieler. Und dann würde ich hier auf jeden Fall nochmal zwei potenzielle Stammspieler hinzuholen. Und dann wäre man mit diesen fünf Mann plus ein Kijewski plus ein Wiebe auch sowohl in der Qualität als auch in der Quantität nochmal besser aufgestellt als in der aktuellen Saison. Zentrales Mittelfeld. Auch eine Position, wo es wirklich sehr interessant ist. Denn hier haben wir mit Jannis Nicolau und Robin Krause die zwei Anker auf der Doppel-Sechs. Die beiden sind ja dort ganz klar gesetzt. Danilo Wiebe ist ein bisschen hinten dran. Auch aufgrund von Verletzungspech aktuell. Ein Brian Henning als Achter hat es eh in dieser Spielzeit ein bisschen schwierig. Ansonsten mit Immanuel Ferrei, einem unglaublich tollen Spielertypen. Das ist wirklich so ein Transfer von Eintracht Braunschweig, wo man super viel richtig gemacht hat. Vom BVB 2 gekommen und das auch noch ablösefrei. Ist er ein junges Talent, der jetzt schon spielerisch dem Braunschweiger Spiel so viel gibt und möglicherweise im Sommer gutes Geld in die Kassen spült. Klar, er hat jetzt schon ein Market von 2 Millionen. Es gibt wohl eine Ausstiegsklausel unterhalb von einer Million. Trotzdem ist das rein finanziell ein toller Deal und rein sportlich hilft halt auch ungemein. Cater Endo haben wir dann auch noch. Leikabe von Union Berlin. Ja, ähnlich wie in der Hauptstadt hat er auch in Braunschweig so durchaus seine Probleme, sich nachhaltig durchzusetzen, würde ich mal sagen. Und deswegen auch hier wieder Thema Kaderbreite ein bisschen ausdünnen, um da einfach mehr Qualität zu holen. Auf der 6er Position ist man gut aufgestellt mit Nicolaou, Krause und Wiebe. Daran würde ich auch gar nichts verändern. Haben ja auch noch alle einen Vertrag über den Sommer hinaus. Plus mit Emil Kischke als Beispiel ja auch noch ein junges Talent. Brian Henning würde ich persönlich abgeben. Den Vertrag nicht verlängern. Und auch bei Cater Endo jetzt nicht mich um eine Festverpflichtung bemühen. Immanuel Ferai sehe ich auch nicht mehr in Braunschweig und deswegen sind das meine drei Abgänge. Bleiben übrig Nicolaou, Krause und Wiebe. Dann würde ich hier noch einen 8er hinzuholen, der sowohl auf der Doppel 6 als auch vielleicht mal als potenzieller 10er funktionieren kann. Und dann wirklich einen neuen Kreativspieler als Ersatz für Ferai. Machen wir weiter mit den Flügelspielern. Und dort haben wir ja auch im Vergleich zur Vorsaison ein paar Neuzugänge mit dabei. Fabio Kaufmann als Rückkehrer. Tasis Bonga im Winter gekommen. Und Mehmet Ibrahimi die Leihgabe von RB Leipzig. Im Vergleich zur Vorsaison dann natürlich auch noch Maurice Mulltaub und Enrique Pena-Zauner. Und das ist auch wieder so eine typische Position, wo du sehr viel Kader breit hast, aber auch in der Qualität was machen musst, wenn du in der zweiten Liga bleibst. Klar, es hängt auch ein bisschen vom System ab. Aktuell im meist ausgeführten 3-4-1-2-System haben es halt auch so Youngsters, die typische Flügelspieler sind, wie Pena Zauner oder Ibrahimi durchaus schwer. Tasis Bonga, flexibel Offensivspieler, im Winter aus Bochum gekommen. Ja, ist jemand, den du immer wieder reinschmeißen kannst, viel mehr, aber dann halt auch nicht. Und deswegen würde ich genau diese drei auch abgeben. Bonga, Ibrahimi und Pena Zauner. Bei allen drei enden ohnehin die Verträge. Und da würde ich dann auf dem ablösefreien Markt auch nach neun Spielern gucken, die, glaube ich, in einem ähnlichen Preissegment unterwegs sind, aber trotzdem nochmal mehr Qualität mitbringen. Plan würde ich auf jeden Fall mit Fabio Kaufmann und Maurice Mulltaub. Beide haben ja ohnehin noch Verträge bis 2024 und dann hier auch nochmal zwei wirklich gute Flügelspieler hinzuholen. Zu guter Letzt haben wir dann noch das Sturmzentrum mit Anthony Utscher, Leon Lauberbach, Manuel Winsheimer und Luke Ihorst. Auch das ist wieder eine Position, wo man, finde ich, die größte, vielleicht auch individuelle Qualität hat, die aber auch aus verschiedensten Gründen jetzt sich immer abrufen kann. Ein Anthony Utscher, im letzten Sommer von Union Berlin gekommen, mit seiner Erfahrung, finde ich, auf jeden Fall nicht verkehrt. Hat auch ein paar Buden gemacht. Vertrag läuft aus. Würde ich persönlich sogar verlängern. Leon Lauberbach in Liga 3, ja schon da gewesen, eine wirklich gute Saison dort gespielt. Jetzt auch so ein bisschen Fletzungspech gehabt, auch ein bisschen Pech im Spiel gehabt. Nicht die Megatorquote. Trotzdem gibt es ja hier auch das Interesse von anderen Zweitligisten. Paderborn oder Karlsruhe wurden dort ja immer wieder genannt. Manuel Winsheimer, im Winter aus Nürnberg ausgeliehen worden. Ein guter Winterneuzugang, wie ich finde, weil er einfach offensiv flexibel einsetzbar ist. Ich hätte mir von ihm nochmal einen Ticken mehr versprochen, weil ich ihn vor allem auch in der Doppelspitze eigentlich richtig stark finde. Ich glaube hier, dass man ihn sich in Nürnberg mit einem möglicherweise neuen Trainer auch nochmal neu angucken wird. Luke Ihorst, grundsätzlich viele Probleme gehabt mit Verletzungen, noch aktuell ja aufgrund der Leistenverletzungen weiterhin raus. Er hat noch ein Jahr Vertrag, muss man mal gucken, wie es mit ihm so weitergeht. Also, ich würde hier sagen, Anthony Uccia, persönliche Meinung verlängern. Leon Lauberbach wird, glaube ich, weiterziehen. Manuel Winsheimer zu Nürnberg zurückkehren. Luke Ihorst wird bleiben. Sprich, wir haben zwei Abgänge mit Lauberbach und Winsheimer. Zwei verbleibe mit Uccia und Ihorst. Und dann würde ich hier auf jeden Fall nochmal einen Stürmer hinzuholen, der auch direkt die Qualität hat, neben Anthony Uccia zu spielen, statt Anthony Uccia zu spielen. Sprich, ein potenzieller Stammspieler. Vielleicht so Mitte 20 mit auch ein bisschen Erfahrung schon in Liga 2. Würde hier, glaube ich, ganz gut zusammenpassen. Verliehene Spieler. Auch ein Thema, was bei einigen Vereinen immer wieder interessant ist. Wem man dort so zurückbekommen könnte. Bei Braunschweig ist das jetzt nicht zwingend ganz so spannend. Denn hier haben wir einen verliehenen Spieler mit Yannick Bangsov. Der ist ein 25-jähriger Torhüter, gebürtiger Berliner, ist aus der Leipziger Jugend, damals in die Braunschweiger Jugend gewechselt und aktuell verliehen zu Alemannia Aachen. In der Regionalliga West hat er 13 Spiele von 27 möglichen gemacht. Sprich, jetzt auch nicht die Mega-Entwicklung genommen. Ich glaube, hier strebt man eine endgültige Trennung an. Wäre vielleicht noch, wenn er Bock drauf hätte, als Nummer 3 interessant, viel mehr aber dann auch nicht. Und somit kommen wir nochmal zur Transferplanung in der Übersicht. Im Tor könnte was passieren, könnte auch nichts passieren. Sehr spannende Position. Bin ich mal sehr gespannt auf die Meinungen von vielen von euch, von Braunschweiger Fans vor allen Dingen auch. In der Abwehr würde ich rechts auf jeden Fall nochmal wen hinzuholen. Ansonsten bei den Außenverteidigern viel zu lassen. Und auch in der Abwehrzentrale ein bisschen sich neu sortieren. Nochmal mehr Qualität hinzuholen. Noch einmal, wir planen ja auch hier wirklich für die zweite Liga. Im Mittelfeld ist man auf der 6er-Position gut aufgestellt. Generell ist das Zentrum nicht verkehrt. Da wird man aber höchstwahrscheinlich Ferreira verlieren. Da musst du dann natürlich auch nochmal nachlegen. Auf den Flügeln würde ich auf jeden Fall nochmal einen potenziellen Stammspieler holen. Plus dann nochmal ein flexiblen Offensivspieler, der vielleicht auch als zweite Spitze fungieren kann. Apropos Spitze, da braucht es dann auf jeden Fall nochmal einen neuen Stürmer im Sommer. Und dann haben wir hier nochmal die Startelf. Aktuell versus potenziell. Links im 3-4-1-2-System. Und da ist erstmal ganz wichtig, nagelt mich jetzt nicht auf jeden Spieler fest, der dort jetzt genauso steht. Manche wie Fezic, Donkor, Ferreira, Krause, Nikolau sind gesetzt. Es gibt aber auch auf anderen Positionen wie in der IV oder auch im Sturm immer wieder viel Rotation. Deswegen finde ich vor allen Dingen auch den Blick auf die rechte Seite interessant, auf die potenzielle Startelf. Fezic wäre weiterhin im Tor. Und ich habe jetzt hier einfach mal anschaulich mit dem 4-2-3-1 geplant. Hat man ja auch sogar jetzt gegen Hannover gespielt. Vielleicht wird man es sogar jetzt auch in den nächsten Wochen weiter so machen. Ich habe ja das Video auch ganz bewusst jetzt vor dem 26. Spieltag aufgenommen. Also wenn es vielleicht manche von euch nach dem KSC-Duell sehen, dann könnte sich auch nochmal ein bisschen was verändert haben. Aber im 4-2-3-1 wäre es wirklich nochmal sehr interessant. Mit Kurochai und Donkor hinten drin als klarer Stammspieler. Plus neuen Stammspieler in der Innenverteidigung und auf der rechten Abwehrseite. Doppel 6, Blio Nikolaou und Krause. Kaufmann sehe ich auch weiterhin als Stammspieler. Ein neuer Zehner plus ein neuer Linksaußen müsste dann auf jeden Fall her. Im Sturmzentrum bräuchte man auch nochmal einen neuen potenziellen Stammspieler. Der könne sich aber auch erstmal hinter Anthony Uccia einreihen. Den man in dem System sicherlich auch nochmal ganz gut in Szene setzen kann. Und somit war das mal meine Kaderplanung für Eintracht Braunschweig. Meiner Meinung nach eine super interessante Mannschaft. Ein Verein, der auf jeden Fall in diese zweite Liga gehört. Deswegen würde ich mich auch freuen, wenn es Braunschweig schafft, die Klasse zu halten. Es wird schwierig, es wird hart. Aber ich glaube schon daran, dass sie es packen können. Und genau deswegen haben wir ihm auch mal den Kader ganz bewusst geplant. für die nächste Zweitliga-Saison, wo man sich auch dann im besten Falle sowohl, und das waren Wörter, die ich oft benutzt habe, in der Kaderqualität, aber auch in der Kaderquantität nochmal verbessern sollte. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen dazu. Wie würdet ihr Braunschweigs Kader planen? Was habe ich vielleicht auch komplett falsch gesehen? Und ihr könnt auch mal gerne weitere Teams vorschlagen für dieses Format. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.